so meine freunde ich begrüße euch recht herzlich zum ersten verkündigungs video oder ankündigung verkündigung wie man so nennen will genau von meinem giveaway und zwar werde ich das nun so machen ich werde wir haben ja hier 12 oder 14 zwei teilnehmer werde jetzt die zahlen 6 bis 401 und die person die am nächsten dran ist die wird dann gewinnen wenn zwei gleich weit weg sind wenn jetzt hier zum beispiel wenn hier zum beispiel 14 rauskommt würde ich noch mal zwischen diesen beiden zahlen das verduch ja dass ihr bescheiden auf jeden fall wird schon einfach mal sagen ich hoffe ihr habt die maus übergewinn ich habe gerade von 13 15 gut dann würde ich einfach sagen ich würde einfach mal auf den general drücken und wir schauen wer gewonnen hat 239 ja 239 ist winger place weil er am nächsten 239 dran ist wenn ich mich nicht verrechnet habe das sind 70 und das sind 40 ja winger place du bist der sieger von meinem ersten gefühl von dem shiny battle ready 6 tv monat du hast ab jetzt ab heute dem dritten zweiten bis montag den moment montag dem neunten zweiten zeit um mir einen termin vorzuschlagen wann ihr tauschen könnt wenn du dich bis dahin also wenn der gewinner sich bis dahin nicht meldet wird es so aussehen dass das pokémon was ich jetzt heute also diesen gefühl verlose dann beim nächsten gefühl sieger an ihnen direkt mit weiter geht weil ich glaube ich nicht daher dann müsst ihr mit mir einen termin sagen gibt eine woche zeit und das war von daher vielen dank fürs zuschauen meine freunde wir sehen uns dann beim nächsten gefühl hoffentlich wieder bis dann und ciao yo leute wenn ihr auf dem neuesten stand sein wollt wann irgendein video kommt egal ob von diesem kanal oder von meinem anderen kanal dann klickt einfach auf einen der drei icons und abonniert beziehungsweise folgt mir einfach auf dem anderen sozialen netzwerken sowas stehen instagram twitter sowie mein anderer youtube kanal von daher folgt und abonniert was das zeug hält damit ihr nichts verpasst was hier passiert von daher ciao